Schaut mal, so sah für viele von uns das Jahr 2023 aus. Dunkel, ungemütlich und manchmal auch recht fraglich. Nun aber möchte ich euch mitnehmen in das Jahr 2024. Liebe Freunde, liebe Gruppenmitglieder, ich wünsche euch allen ein wunderbares, ein wundervolles, ein friedliches, ein glückliches Jahr 2024, das wir alle genießen können und dass wir alle bei guter Gesundheit bleiben. Und auf dem Weg in das Jahr 2024 möchte ich euch wirklich zwei Dinge empfehlen. Das eine ist diese Brückenkickerboxen, die noch übrig geblieben sind von der Eröffnung der Brücke am 22. Dezember 2023. Als kleine Erinnerung auf jeden Fall was ganz Besonderes. Und die ganz andere Sache, die ich euch empfehlen muss, und da gebe ich zu, das war ein richtiges Stück Arbeit, sind diese wundervollen Bücher über die Magdeburger Brückenbilder, die Bildbände, über 300 Seiten, über 300, wunderschöne Abbildungen. Also es lohnt sich wirklich und ich würde mich freuen, könnte ich euch das 2024 mit an die Hand geben. Also, liebe Freunde, ich wünsche euch allen das Allerallerbeste und dass 2024 wirklich ein Jahr der Gesundheit und des Friedens und ja, auch ein wenig unseres eigenen Glückes wird. Liebe Grüße, Axel Kühling.